Herzlich willkommen bei Cini macht Auge. Ja, in der GWUP, auch trotz neuesten Vorstands, geht's mal wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Varnan ist ja mittlerweile ein, sag ich mal, Botschafter-Aushängeschild der GWUP. Ich werde mich auf seinen Vornamen konzentrieren oder beschränken. Ja, und jetzt war es so, Varnan hat auch ein Buch geschrieben, da geht's auch um das Thema, oder was heißt auch, explizit um das Thema Wokeness. Und ja, grundsätzlich war ja in der GWUP auch so ein Streit darüber entbrannt, ob das Ganze denn ein Thema für die GWUP ist, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parabissenschaften oder irgendwie so. Ich bin wieder top vorbereitet. Und jetzt war es so, Varnan hat natürlich versucht, sein Buch auch überall zu promoten und war unter anderem bei Jasmin Kozubek. Das ist wirklich peinlich, was ich hier gerade wieder veranstalte mit meiner Vorbereitung. Aber Kozubek. Und jetzt, dann stellte sich die Frage, ist es okay, dort hinzugehen? Ja, zu Jasmin Kozubek. Also wie sah das aus? Hier ein Video, 130.000 Aufrufe mit der Überschrift Ex-Woker über die Gefahren dieser Denkweise. Und warum wurde das überhaupt zum Thema? Hallo zusammen, ich bin Jasmin. Hallo. Weil Jasmin Kozubek unter anderem, wenn man hier mal so schaut, interessante Gäste hat. Zum Beispiel hier Fürstin Gloria von Ton und Taxis oder hier auch Paul Brandenburg und die in diesen beiden Videos teilweise, naja, ziemlich eindeutig verschwörungstheoretische Ideen verbreitet haben. Oder, sag ich mal, so Gedanken gesät haben, so diesen Zweifelsäen und so weiter. Und jetzt war halt eben die Diskussion, ja, sollte man da hingehen oder ist das am Ende schädlich? Und eigentlich geht es ja dabei dann letztlich wieder um die Frage, Plattform, ja, mitnehmen, ja oder nein? Und zunächst gab es ein Video von Nikhil und André Sebastiani und ich fand das Video, muss ich gestehen, ich bin immer sehr ehrlich mit euch, ich fand das Video in Stücken etwas merkwürdig. Also sie haben es zwar gerechtfertigt, also sie haben es auch erklärt, sie haben gesagt, sie sprechen jetzt erstmal über Warnern, weil er gerade noch keine Zeit hat. Wir gucken uns gleich das Gespräch mit Warnern an, zwischen Nikhil und Warnern, aber es hatte so ein bisschen was, so die Lehrer der GWUP beraten jetzt über den Schüler Warnern, weil der hat, ja, sich irgendwie nicht so ganz dem Kodex entsprechend verhalten und man muss jetzt darüber nachdenken, wie schlimm das war. Und ich muss es ehrlich sagen, irgendwas in mir, fand das merkwürdig, dieses, dieses da drauf schauen und jetzt so darüber zu beraten, wie so ein Tribunal, so, darf man das? Anstatt, und das hätte ich jetzt gemacht, einfach zu sagen, wenn Warnern dahin geht, dann, also grundsätzlich darf jeder erstmal mit jedem sprechen. Was ist denn, das finde ich schon mal, grundsätzlich ist für mich ein Gesetz, jeder darf mit jedem sprechen. Wie ich das finde, das kann ich auch äußern. Ich kann zum Beispiel dann sagen, ich würde das Gespräch nicht machen, so, oder, dann könnte ich das erklären, aber ich kann auch sogar einen Schritt weiter gehen und könnte sagen, ich finde das von Warnern scheiße, dass er da hingeht. So, das ist alles, das ist ja alles die persönliche Meinung, also das würde ich sie kennzeichnen und dann kann man ja, dann kann ja, darf ja jeder auch seine Meinung dazu haben und mir ist dann immer ganz wichtig, nicht sofort immer irgendwelche Konsequenzen, wurde in dem Fall auch nicht gemacht, aber nicht sofort mit irgendwelchen Konsequenzen immer kommen, immer direkt, oh, der hat mit dem gesprochen, jetzt müssen wir überlegen, was wir dann tun müssen oder so. Nein, muss man gar nicht. Manchmal kann man ja auch einfach, jeder gibt, also wenn er das möchte, gibt einfach sein Statement ab und dann darf jeder auch wieder für sich entscheiden, was er daraus macht. Ihr merkt vielleicht, ich bin mittlerweile sehr empfindlich, wenn es eben um diese Sache geht, dass man Leuten sagt, wie sie etwas zu beurteilen haben. Das stört mich. Das ist, ich glaube, das geht so in diese Richtung paternalistisch, ist das richtig? Das ist wie Eltern irgendwie auch mit ihren Kindern sprechen und so und ich muss gestehen, ich bin in einer Welt unterwegs jetzt, wenn ich mit euch rede, ich gehe davon aus, dass mir nur erwachsene Menschen zuschauen. Ich habe keine Lust, das ist nicht mein Anliegen zu sagen, wie sie etwas finden müssen. Ich möchte, ich gebe meine Gedanken dazu, ich gebe vielleicht Informationen für etwas oder gegen etwas und dann am Ende muss aber letztlich jemand selber dann entscheiden, was er daraus macht. Und jetzt ganz wichtig auch wieder, und gleich gucken wir wirklich das Video. Auch hier, wenn dann jemand, also ich gebe alle Informationen und eine Person entscheidet daraufhin, aber anders als ich, dann kann auch das akzeptiert werden in meiner Welt. Das Aushalten davon, dass man bei gleicher Informationslage zu unterschiedlichen Schlüssen kommt, das ist doch völlig in Ordnung. Und ja, wir gucken mal, wie das Gespräch verlaufen ist. Ja, mal sehen. Ich mache es mal auf 1,25. Ich bin dort hingegangen und ich würde da immer noch wieder hingehen. Für mich ist es tatsächlich egal. Also ich bin dran gewöhnt, dass meine Reputation kaputt geht. Also ich bin dran gewöhnt, dass Leute mich hassen. Das ist jetzt hier so ein Zusammenschnitt von den Highlights sozusagen. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Skeptischen Gesellschaft. Wir haben heute einen Gast, nicht zum ersten Mal, einen wahrscheinlich diesmal sehr viel stärker antizipierten Gast. Denn wir hatten jetzt gerade erst das Gespräch von André und mir, wo wir eben genau diesen Gast, Warnern, geschätztes Mitglied von uns, auch ein geschätztes Mitglied der Skeptischen Gesellschaft, einen Aktiven für die GWP, kritisiert haben. Und wir haben gleich darauf hingewiesen, dass es ein bisschen seltsam ist, dass er nicht selber zu Gast war in dem Video direkt. Und das wollen wir jetzt hier nachholen. Beim ersten Mal lief das so, weil, Warnern, du bist unheimlich schwer zu bekommen, weil du so gefragt bist und man sich hinten anstellen muss bei der Terminfindung. Und das spricht ja auch sehr für dich. Und ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit, die nicht nur dieses Video bekommen hat, sondern eben auch das Gespräch mit Jasmin Kosubek, das du geführt hast, sicherlich dadurch zu begründen ist, dass du halt in einer sehr kurzen Zeit eine extrem herausragende Rolle gespielt hast in der GWP, was bemerkenswert ist. Also das ist, glaube ich, kaum noch, kaum je einem gelungen, dass man halt wirklich so zur Tür reingeht und die Aufmerksamkeit so stark auf einen gerichtet ist. Das hat wahrscheinlich irgendwie thematische Gründe auch noch, aber du bist halt einfach auch ein gewinnender Typ. Du reagierst sofort auf Kritik, du bist, wenn du es zeitlich irgendwie einrichten kannst, dann halt eben auch happy, dass man spricht und das völlig ergebnisoffen und unverkrampft. Und genau so haben wir gedacht, wollen wir es jetzt auch machen und ein bisschen diskutieren, was denn so deine Einschätzung der Situation ist. Also was ist überhaupt die Situation aus deiner Sicht? Also Nikhil macht das wie immer gut, muss ich sagen. Also Nikhil halte ich auch für einen sehr, sehr starken Mediator. Aber ich finde auch das Wort geil und man merkt, wie Nikhil hier kurz zögert, weil er das sagt, wie die Situation. Situation ist noch so ein schönes Wort. Man könnte jetzt sagen, zu dem Vorfall oder so. Alleine, dass man das schon als Situation bespricht, hat natürlich einfach schon so den Beigeschmack, hier müsste etwas geklärt werden. Und anscheinend ist es so, anscheinend muss irgendwas geklärt werden, wobei ich immer, wenn ich darüber nachdenke, ich immer so zu so einem Schritt weiter rauskomme und mir das angucke und denke, wie absurd ist das eigentlich, dass wir schon von Situationen sprechen, weil irgendwer mit irgendwen gesprochen hat. Und wie wir in Zukunft vielleicht irgendwie weitermachen in der Kooperation miteinander, wie du dich selber orientieren willst und so weiter, sodass wir dann einen coolen Weg finden für alle. Und genau, jetzt würde ich dir erstmal das Wort geben mit der allerersten Frage, die wir auch schon, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, besprochen haben für ein Gespräch auf deinem Kanal. Da war ich eher so der Stichwortgeber, habe ich gar nicht so viel gesagt, sondern eigentlich nur die Fragen gestellt, so wie sie aus unserer Community kamen und du hast darauf geantwortet. Und jetzt können wir aber ein bisschen ausführlicher darüber diskutieren. Die allererste Frage war dort, warum hast du mit Jasmin Posebeck gesprochen auf ihrem Kanal? Er muss halt schon einfach lachen. Warum hast du das getan? Und stell auch jetzt hier wieder, ich hatte das letztens beim KuchenTV und Shoyoka Video gesagt, versucht mal, euch immer vorzustellen, ihr würdet irgendwie meines Weges in der Zeit reisen oder an einen ganz anderen Ort, meinetwegen ein ganz neues Setting und ihr würdet Leuten versuchen wollen, die Situation zu erklären. Und ich finde, immer wenn man dann ganz viel Zeit braucht, um ganz viele Hintergründe zu erklären, dann wird es schon immer ein bisschen absurd. Also man müsste ja jetzt erklären, ja, es gibt einen Verein und der Verein hat sich auf rationales Denken und auf logisches Denken fokussiert und da können Leute Mitglied werden und dann können diese Leute aber auch natürlich eigenständig irgendwas machen. Ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz krasse Religionsgemeinschaft, sondern jeder kann natürlich auch frei leben. Und manche sind so Repräsentanten für diesen Verein oder auch mehr oder weniger. Und dann gibt es andere Leute, die machen etwas, was man eigentlich nicht so gut findet. Und wenn dann der mit dem redet, dann stört das manche wieder in dem. Also ihr merkt schon, es fällt schwer, das Problem einem ganz kurz zu erklären. Außer man würde wahrscheinlich es so erklären, und das will man ja glaube ich hoffentlich nicht, dass man sagt, ja, der hat mit dem Feind gesprochen. Und da muss ich ja sagen, ja, in meiner Welt gibt es aber nicht sowas wie Feinde. Also erstmal, wieso ich überhaupt dort gesprochen habe, hat einfach einen ganz einfachen Grund. Und zwar hat mein Verlag, also von dem Buch, wo ich gerade geschrieben habe, hat allen möglichen Leuten halt eine Anfrage gestellt und Jasmin war halt die einzige Antwort. Also wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, wäre ich auch woanders gegangen, aber von allen Anfragen war sie die einzige Antwort und deswegen war das erstmal sie, wo ich hingegangen bin. Wobei das ja natürlich vielleicht vermuten lässt, wenn du mindestens eine weitere Antwort bekommen hättest, dann wärst du zu ihr nicht hingegangen. Ist das so, oder hättest du es auch gemacht? Ich hätte, also ich hätte andere Optionen präferiert, aber ich wäre, um jetzt einfach mal zu spoilern, trotzdem, also ich bin dort hingegangen und ich würde da immer noch wieder hingehen. Wobei ich halt erst, also wobei ich auch viele der Sorgen erstmal ernst nehmen kann, vielleicht um das mal direkt klarzustellen. Also wenn Leute denken, dass ich die Inhalte, die jetzt auf dem Kanal jetzt viel verbreitet werden von mehreren Gästen, die da gekommen sind, dann will ich das erstmal klar verneinen. Also ich selber grenze nicht von so Verschwörungsdenken ab und das tue ich auch, habe ich auch in dem Interview getan. Also das, was die Gäste dort sagen, da stehe ich nicht hinter. Ist das nicht interessant? Also man muss sich anscheinend dann doch distanzieren. Also ich kann ein Stück weit verstehen, warum man das vielleicht, also man kann das machen. Ich kann irgendwo hingehen und dann kann ich mit ein, zwei Sätzen sagen, nur hier, um das mal klar zu machen. Ich habe gesehen, auf deinem Kanal findet schon vieles statt, was ich inhaltlich jetzt nicht unterstützen würde. Kann man machen. Spricht ja nichts dagegen. Aber gleichzeitig muss die Frage erlaubt sein, warum muss ich das überhaupt? Weil, wenn wir das weiterspinnen. Also wo ist die, muss ich das dann immer machen? Also wenn ich jetzt irgendwann eine Einladung von, weiß ich nicht, Markus Lanz bekomme, so. Also ich habe schon Leute bei Markus Lanz sitzen sehen, die fand ich sehr merkwürdig, so. Muss ich dann sagen, ich möchte nur kurz, hallo Markus, danke für die Einladung. Ich möchte nur einmal kurz klarstellen, also du hast jetzt irgendwie 50.000 Sendungen gemacht. Ich bin nicht mit allen Meinungen, die hier vertreten sind, d'accord. So, jetzt werden natürlich manche sagen, ja komm, das ist ja wohl ein Unterschied, ob du bei Markus Lanz oder bei Jasmin Kozubek bist. Und das ist immer das Interessante. Der Unterschied, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist immer irgendwo so eine Frage der Intensität. Ja, man sagt dann, ja, bei Jasmin Kozubek, schon mir leid, den Namen. Dann, da ist ja die Häufigkeit an problematischen Äußerungen ist ja wesentlich mehr als bei anderen Formaten, ja. Und dann würde man immer auf die Frage hinauslaufen, woher wissen wir, wann ist zu viel und wann ist zu wenig? Woher wissen wir das? Am Ende kann das ja anscheinend nur irgendwie so ein Bauchgefühl sein. Mehr kann es ja nicht sein. Also, oder wollen wir jetzt tatsächlich einen Katalog anfertigen, wo wir sagen, so Ranking Triple A ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Markus Lanz, werden jetzt manche wahrscheinlich sagen, was, keine Ahnung, aber ich weiß ja auch nicht, wer macht dann dieses Ranking? Woher wissen wir? Und dann kommen, da erinnere ich mich an Dara, der ja sagte so, woher wissen wir das? Also, ja, der gesunde Menschenverstand und das ist bei mir immer so, wenn der gesunde Menschenverstand, dann, also die Gefahr, die ich dann immer sehe, ist, dass das am Ende doch einfach nur wieder eine Gruppenentscheidung ist. Und Gruppen können sehr krass daneben liegen. Nur weil eine Gruppe sich intern, weil sie groß genug ist, darauf geeinigt hat, dass das Medium gut ist und dass das Medium schlecht ist, weiß ich nicht. Also, deswegen gehe ich dann eher wahrscheinlich den Weg und sage, lass uns das versuchen zu ignorieren und auf das hören, was in dem Gespräch gesagt wurde. Ich weiß, ich habe da so mittlerweile, also es gibt ein paar, die glücklicherweise auch so denken wie ich, aber im Grunde gibt es schon auch einige, die dann sagen, ja, nee, es ist schon richtig so. Also, das ist immer so ein Slippery Slope. Du fängst einmal an, so, ja, das ist nicht okay. Ja, und dann irgendwie ist das nächste dann auch nicht mehr okay. Und dann rutschen Leute irgendwie vielleicht in diese Kategorie ab, oh, mit denen redet man besser nicht mehr. Überlegt euch das mal, wohin das führt. Also, das kann immer eine ganz, ganz merkwürdige Entwicklung nehmen. Und dann kommt ja noch, auch noch ein Punkt hinzu, das habe ich auch schon mal gesagt, wie lange gilt dann so ein Ranking? Sagen wir mal, Jasmin hat jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, 50 Videos gemacht und dann waren da irgendwie 10 dabei, wo echt sehr weirde Aussagen dabei waren und so. Aber vielleicht hat sie das jetzt beispielsweise seit einem Jahr nicht mehr gemacht. Verjährt das? Gibt es ein Gericht, das darüber entscheidet, jetzt ist wieder gut? Das sind so viele Fragen, die da in meinem Kopf auf einmal aufkommen. Und die möchte ich ungern einfach damit beantworten, so, ja, das muss man Bauchgefühl haben. Also, jeder hat ja ein Bauchgefühl und jeder kann das auch selber entscheiden. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Jeder kann sagen, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, ist was für mich. Im Übrigen kann ich, ich kann es ja jetzt sagen, also, ich hatte auch schon eine Einladung von Jasmin Koseweg und ich habe nett mit ihr geschrieben und habe gesagt, hey, du, ist gerade nicht die Zielgruppe, die ich da jetzt sehe. Ich wüsste da jetzt gerade nicht, aber ich habe es jetzt nicht kategorisch abgelehnt, aber war jetzt für mich nicht interessant. So, aber ich gehe jetzt nicht hin und drehe jedem einen Strick draus, der da ja sagt. Ich drehe jemandem einen Strick raus, wenn man Scheiße labert. Also, dann würde ich immer, aber was heißt Strick draus drehen? Dann würde ich einfach nur antworten, ja, dann finde ich das nicht gut. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden, da hinzugehen und das hat halt auch meine Gründe. Okay, und ich würde auch sagen, das ist im Aller Ehren wert. Das ist halt einfach ein Standpunkt, den du hast. Und Leute, die das anders sehen, können ihre Argumente vorbringen. Du kannst deine Argumente vorbringen und ich sehe mich jetzt auch gar nicht irgendwie in der Rolle, dass ich jetzt irgendwie versuche, dich da krampfhaft zu überzeugen oder dass ich irgendwie so meine eigene Sichtweise da also zu stark mache, sondern ich möchte eigentlich im Wesentlichen unserer Community helfen, zu verstehen, wie du denkst. Und ich glaube, nur wenn man das hinbekommt, hat man auch die Möglichkeit, dass man eine richtige Mindermeinung jemals zu einer Mehrheitsmeinung machen kann. Das ist ja genau eigentlich, was wir versuchen, also insbesondere ein skeptisches Anliegen natürlich, dass wir versuchen, wenn wir alle kollektiv irren, dem einen, der irgendwie was sieht, was alle anderen nicht sehen, die Möglichkeit zu geben, das zu sagen. Und das muss man dann wirklich unaufgeregt und besonnen diskutieren. Und vor allem auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, man sollte in der Lage sein, einen Gedanken, den jemand anders äußert, im eigenen Kopf so zu halten, stabil zu halten, sich überlegen, was spricht dafür, was folgt daraus und so weiter, ohne dass man gleich ausflippt. Ja, also ich habe irgendwie so. Niki, irgendwann müssen wir wieder The Boys of Reason machen. Das war einfach gut. Ich, ja, es ist einfach so viel Vernunft in dem, was man sagt. Das ist den Eindruck und das hat man irgendwie auch gesehen. Also insbesondere eigentlich auch bei Leuten, die ich auf dem Kanal noch nie gesehen habe. Also Leute, die offensichtlich dein Gespräch bei Jasmin Kozebeck gesehen haben, dann auf das Thumbnail geklickt haben, wahrscheinlich, weil sie die kannten. Also wir haben auch übrigens in den Analytics gesehen, dass unser Video, also Andres und mein Video, vorgeschlagen wurde in dem Video auf Jasmin Kozebecks Kanal. Also das waren die gleichen Leute, die dein Gespräch gesehen haben, die dann auch zu uns gekommen sind, haben dann gesehen Kritik und vielleicht müssen wir dich canceln. Und die haben auf den Inhalt des Gesprächs gar nicht wirklich geachtet, sondern sind einfach so direkt irgendwie durch die Decke geknallt und ausgeflippt und haben dann gesagt, das ist ganz furchtbar und die Details... Aber wichtig ist es mal zu sagen, das ist ja erstmal ein grundsätzliches Problem. Also ich habe auf dem Kanal von Jasmin, direkt am Anfang habe ich darüber gesprochen, dass die Vorstellung, dass 9-Eleven ein Inside-Job ist, eine Verschwörungsmentalität ist, die viele Ähnlichkeiten hat zum Walken-Denken, dass man so ein Misstrauen hat, aus einer Angst heraus, ein Gefühl von Kontrolle haben will und deswegen sich vorstellt, dass da irgendwelche Menschen sind, deren Handeln die Ursachen... Ich habe das Gespräch mir angeschaut von ihm bei Jasmin Kosobek und das stimmt. Also er hat sofort klargemacht, dass Wokeness und Leute, die da sehr stark dieser Ideologie folgen, starke Parallelen mit Verschwörungserzählungen zeigen im Verhalten. Müsste man ja jetzt eigentlich sagen, wieso dreht man eigentlich Warnern dann einen Strick daraus und warum könnte man nicht viel eher sagen, oh, durfte Jasmin überhaupt mit Warnern sprechen? Ich meine, immerhin kritisiert er Verschwörungserzählungen. Das ist ja auch nochmal so eine Idee, wieso geht man eigentlich den passiven Weg und sagt, man geht dorthin und dann gibt man, weiß ich nicht, Jasmin eine Plattform? Ne, ist ja anders. Also Jasmin gibt ja ihm eine Plattform mit seinen Inhalten. So und wenn seine, also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also sagen wir mal, wir haben den härtesten Schwurbler oder so und dann geht ein super vernünftiger Wissenschaftler zu dem hin und sagt dir mal so, pass mal auf, zack, 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 so sieht es aus nach Stand der Wissenschaft. Wäre das nicht etwas, was total geil ist, weil du ja dann auch dort die Leute abholst, wo ja die Leute sind, die auf Verschwörungserzählungen zum Beispiel reinfallen? Also du kannst das Ganze ja auch umdrehen und kannst ja sagen, geh dorthin und versuch so viele wie möglich von wissenschaftlichen Kenntnissen und logischem Denken und so zu überzeugen. Also das ist ja auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Die Sache ist von allem Schlechten und die Zeit direkt vom Anfang erzählt und in den Kommentaren kann man sehen, dass viele davon sich getriggert gefühlt haben, dann nicht mal weitergeschaut haben, also da sind zahlreiche Kommentare gekommen. Also das, was er anspricht, ist halt, Leute wollen halt confirmation biasmäßig das sehen und das hören, wovon sie überzeugt sind. Also das ist, denke ich, ein grundsätzliches Problem. Aber ich glaube jetzt hier zu dieser Frage, dass ich jetzt dort war, ich glaube, das ist eine Frage, wo man diese Ambiguitätstoleranz doch aushalten muss, weil es eine Frage ist, die man nicht klar beantworten kann. Also ich kann erst mal, um es zu sagen, also ich kann die Sorgen erst mal nachvollziehen. Also ihr Kanal hat viele Stimmen, die halt unwissenschaftlich sind, hetzerisch sind, die ich nicht gut scheiße, wo ich auch denke, dass sie auch einen Schaden anrichten können in der Gesellschaft. Und wenn ich halt dort bin und mich, also das Video hat jetzt auch 120.000 Klicks jetzt, also das sind ja, damit könnte ich ja auch dazu beitragen, dass diese Stimmen halt mehr werden, wenn halt Leute von mir dann darüber kommen. Also das ist alles. Das ist ja gerade, was ich gesagt habe. Also du kannst das ja von zwei Seiten aus betrachten und da auch wieder, das eine wäre ja sozusagen der selbstbewusste Ansatz zu sagen, ich gehe irgendwo hin, weil ich der Meinung bin, ich verbreite keinen Hass, ich verbreite keine Hetze, ich möchte aufklären. So und der andere Ansatz ist ja so, dass man sagt, oh, aber dann stärken wir eine Plattform, wo auch sowas stattfindet und vielleicht guckt dann jemand, der den Warnan gut fand, der aber vorher gar nichts davon wusste, der guckt dann auch ein anderes Video und dann fällt er in dieses Rabbit Hole rein. Und was mich auch wieder so ein bisschen stört, ist ja auch dann wieder so, man spricht ja auch dann wieder so den Leuten so ein bisschen ab, dass sie differenzieren können. Und da landen wir am Ende eigentlich wieder bei der Frage, was für ein Menschenbild haben wir, gehen wir davon aus, dass wir manche Menschen haben, die wir, die wir vor Informationen schützen müssen, halt auch vor Fehlinformationen, müssen wir diese Menschen so schützen. Das hat wieder was sehr, das geht ja gar nicht anders, als dass es autoritär wird, weil man muss ja dann aktiv werden und man muss dann zensieren, man muss das weghalten, fernhalten, man muss das einordnen, man muss sagen, manchmal auch vielleicht mit der moralischen, auf der moralischen Ebene agieren, man muss sagen, mit denen nicht, die sind phui, die sind bäh und so. Ja, vielleicht gibt es Menschen, bei denen man das so machen kann, dann müssen das andere machen. Ich kann das nicht. Ich kann Menschen nicht so, weiß ich nicht, wie Kinder behandeln. Das liegt nicht in meiner Natur. Berechtigte Sorgen und ich finde, darüber kann man diskutieren. Aber ich finde, das muss man halt auch, da muss man halt auch diese Ambiguitätstoleranz aushalten, wenn es darum geht, inwieweit man etwas verurteilt. Weil ich sehe halt auch die Vorteile. Also das habe ich in meinem selten Video auch drin. Also nach dem Interview kamen Leute, die mir dann privat auch geschrieben haben und dann gesagt haben, dass sie das Interview gesehen haben und dann dankbar waren, weil sie selber jetzt in den letzten Monaten dann irgendwie ein bisschen in den Gedanken, in dem Opferdenken wie reingefallen sind vom Wokeness und dann halt froh waren, das Video gesehen zu haben. Also das ist eine Sache, da freue ich mich. Also das ist halt, also darum geht es ja. Ich will ja irgendwas tun, damit ich Leuten irgendwie helfen kann. Mit niemals zu reden, damit kriege ich niemanden geholfen. Also damit helfe ich niemanden, aber mit dem Interview habe ich tatsächlich Leute erreicht, denen es jetzt besser geht. Und nicht nur, dass ich da Leuten helfen konnte, von diesem Woken Misstrauen irgendwie sich loszulösen oder vom Opferdenken loszukommen, sondern dadurch, dass ich dort war und mich von Verschwörungsdenken abgegrenzt habe, hoffe ich auch, dass ich anderen Leuten gezeigt habe, glaubhaft gezeigt habe, dass ich wirklich wohlwollend bin und wirklich Sorgen ernst nehme und hier auch die Sorgen gegenüber Wokeness irgendwie ernst nehme, trotzdem aber nicht jetzt rumgehe und denke, man müsste jetzt alle Leitmen misstrauen oder dass die Regierung misstrauen, also dass sich halt jemand verkörpert, der halt genau diese Ambiguität aushält und nicht in so einen Freund Feindschimmer denkt. Ja, ich bin dem Warnern sehr verbunden. Das sehe ich ähnlich. Also ja, das ist ja vieles aus dem, was ich gerade auch gesagt habe. Ja, und das wird ja oft irgendwie bemängelt. Also wir machen jetzt eigentlich nur Kritik an Woken-Überzeugung. Das ist ja auch so ein oft genannter Kritikpunkt an den Kanal der skeptischen Gesellschaft, was nicht stimmt, weil es gab ja auch diese ganzen Diskussionen über Rechtsextremismus und was sind eigentlich rechte Narrative und so weiter. Damit haben wir uns auch konstruktiv auseinandergesetzt. Und was man jetzt ganz schön sieht, ist, du gehst dorthin, wo tatsächlich verschwörungstheoretische Narrative vertreten werden. Du sprichst das auch an. Und das dann aber irgendwie auch nicht recht. Das wirkt irgendwie nicht so ganz stimmig. Und also das, denke ich, muss man dir auf jeden Fall zugutehalten. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt selber nicht wirklich an einem Punkt, wo ich mir sage, das ist auf jeden Fall eine Linie, die wir unbedingt so und so fahren müssen. Früher war es auf jeden Fall so, dass wir gesagt haben, also mit bestimmten Leuten sprechen wir nicht. Die gibt es wahrscheinlich immer noch. Und die gibt es wahrscheinlich für dich auch. Und die gibt es auch für Jasmin Kozebeck, die das auch mehrfach an verschiedenen Stellen gesagt hat, dass sie auch Grenzen hat. Aber ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Und vor allem auch. Hier merkt man auch wieder, das ist genau dieser Punkt. Jeder hat die Grenze irgendwie woanders. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, während Corona ist das teilweise echt absurd geworden. Und das war bei mir dann, da gab es dieses legendäre Gespräch von Böhmermann und Lanz auf dieser Bühne zusammen mit dem Zeit De Lorenzo oder irgendwie so. Boah, Namen und ich, ne? Sorry. Und Jan Böhmermann regte sich darüber auf, dass bestimmte Meinungen wegen False Balancing und so bei Lanz stattfanden. Und das, also der hat sich da immer weiter sozusagen in Rage geredet. Und ich habe das damals auch noch echt versucht, wohlwollend zu interpretieren. Aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ja, aber wo endet das denn? Wo hört das denn auf, wenn wir uns alle ständig kontrollieren, mit wem wir da irgendwie reden? Ich weiß nicht. Also dann glaubt man ja offensichtlich doch nicht an, möge das bessere Argument überzeugen. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments, was ich gelernt habe, was von Jürgen Habermas ist. Also das kann ja irgendwie, irgendwer muss es doch mal anfangen, auch so zu leben. So. Irgendwer muss ja hingehen und sagen, so, wir lassen das jetzt mal mit Tribalismus, mit Feinddenken, mit Lagerdenken und so weiter und fokussieren uns einfach auf das Gesagte. Ich glaube, in den letzten Jahren, gerade bei Corona, das war so ein richtiger, das war so irgendwie so ein Brandbeschleuniger, ist das in eine Richtung gekippt, wo ich sage, nee, nee, also für mich war immer klar, so Corona-Ausnahmesituation, ja. Ich habe vieles mit Bauchschmerzen dann irgendwie aber hingenommen, habe gesagt, nee, das kann ich verstehen, ist jetzt gerade eine krasse Situation. Aber für mich war immer klar, naja, aber danach müssen wir uns auch alle mal wieder ein bisschen entspannen, ne. Und dann halten wir auch alle mal wieder ein bisschen mehr aus. Und ich würde auch behaupten, der Großteil der Gesellschaft kann das auch schon wieder. Aber wir haben halt jetzt irgendwie so ein paar Leute, glaube ich, auch seitdem so an die Hardliner verloren, wo ich mir denke, weiß ich nicht. Ich glaube, da brauchen wir mal ein bisschen mehr wieder auch aushalten, Toleranz, wirklich auch Toleranz für Schwurbel. Es passiert nicht sofort das Schlimmste der Welt. Also es ist ein Unterschied, ob wir da irgendwie, was weiß ich, eine radikale Ideologie haben, die sofort irgendwie zum heiligen Kampf aufruft oder ob wir einfach nur jemanden haben, der vielleicht etwas schwurbelt. Das kann man aushalten, da kann man gegenargumentieren. Also da muss man nicht sofort irgendwie versuchen, alle Leute vor Informationen zu beschützen. Auch wenn wir, wie wir es ja anstreben, als GWOP auch in die gesamte Gesellschaft hineinwirken wollen und da uns einfach öffnen müssen. Also vor allem auch in dem Maße, wie die Gesellschaft polarisiert wird, müssen wir natürlich versuchen, dann auch diese Polarisierung zu überbrücken und die Gräben, die beispielsweise die Corona-Krise auch gerissen hat. Und insbesondere mit Blick auf, und das ist mir, glaube ich, jetzt erst seit gestern klar geworden. Also wir sind ja eigentlich alle Leute, die aus einer linken Bubble kommen und wir grenzen uns von diesem, sage ich mal, irgendwie sehr orthodoxen, dogmatischen linken Denken ab. Nicht, weil wir die Ziele nicht mehr haben, für alle eine einladende, inklusive Gesellschaft zu bauen, sondern die Methoden sind es. Die Methoden, die geht doch keiner mehr mit, weil wir gesehen haben. Irgendwie werden da bestimmte Dogmen einfach so aufrechterhalten, obwohl die Daten eigentlich was ganz anderes sagen. Und eine Sache, die ich mir jetzt vorstellen könnte und das wäre halt jetzt auch eine empirische Hypothese, die man testen kann hoffentlich bald mal, ist wie viele der Leute auf dem Kanal von Jasmin Kosebeck, schauen das eigentlich unbedarft und weil sie keine andere Alternative haben, weil sie vielleicht sozial auch nicht so stark vernetzt sind, die sind zufällig darüber gestolpert. Und denen muten wir dann zu, zu sagen, jemand wie du soll da nicht hingehen. Und die haben ja dann keine Möglichkeit rauszukommen, denn niemand dort aufkreuzt, der halt eben auch gute Gespräche dann führt. Hä, wie Niki, man muss doch die Leute einfach immer weiter beschimpfen, habe ich gelernt. Immer einfach alle nur weiter beschimpfen und weiter in ihre Ecke prügeln, ja, das klappt immer. Spaß. Wenn ich sagen muss, dass du jetzt nicht der einzige gute Gesprächspartner von ihr bist, das wäre wahrscheinlich auch arrogant, das zu sagen, aber in dem Maße, wie man das analysiert, ist es natürlich auch so, dass man den Zufluss zu solchen Alternativmedien natürlich auch reduziert und weniger Leute dort wahrscheinlich aufschlagen werden. Es ist am Ende dann auch wieder die Frage, also guck mal, alle reden von Spaltung, ja. Spaltung ist das große Problem unserer Gesellschaft. Wir spalten die Gesellschaft, so. Und dann frage ich mich immer, okay, habt ihr euch mal vielleicht irgendwann überlegt, wie kommen wir aus dieser Spaltung eigentlich raus, ja. Und ich sehe nicht, wie die Strategie funktionieren soll, dass man immer die Abtrünnigen, ja, sei es jetzt Verschwörungsdullis oder Leute im Osten, die irgendwie Rechtsextreme wählen, dass man da einfach immer nochmal und nochmal und nochmal und nochmal ein härter und härter draufhaut. Und das soll dann gegen Spaltung helfen. Also der Keil steckt da drin und die Leute hauen so drauf, die Spaltung ist ein Problem. Nein, du musst da natürlich dann irgendwie hin und dann musst du vielleicht auch mit Bauchschmerzen dann versuchen dort, ja, das alles mal ein bisschen runter zu kochen und vielleicht dann auch wieder, also das Beste, was passieren kann, ist doch, stellt euch mal vor, der Warnan geht jetzt hier zu Jasmin Kuzubek und demnächst geht, also jetzt haben den da Leute gesehen und sagen, oh, Warnan, ein interessanter Typ, sympathisch oder haben gute Gedanken und jetzt wäre so der nächste Step, der wird von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Format eingeladen und darf da irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde ein Interview führen. Und dann sieht derselbe Typ, der sonst immer bei Jasmin Kuzubek ist, dann sieht der so, ah, der Warnan, der war ja interessant, ja, dann guckt er mal rein, dann ist der da irgendwie bei, was weiß ich, irgendeinem öffentlich-rechtlichen Format und dann sagt er, krass, da ist da ja auch und so und dann ist der vielleicht auch wieder zugänglich für diese Medien, ja, weil genau das wollen wir ja nicht, dass sich das einfach aufteilt in die guten Medien und die bösen Medien, sondern, also du musst ja auch den Weg daraus auch wieder mal irgendwie bereitstellen. Leute, die bei uns sich engagieren wollen, die kriegen jetzt natürlich zunächst mal signalisiert, das ist irgendwie ein Problem, ja, und darüber müssen wir auch sprechen und das auch ergebnisoffen und, also pragmatisch und besonnen tun und ich glaube, dieser Prozess dauert auch noch an, ja, und ich denke, eine Sache, die man auch sagen kann, ist, es ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, irgendwie, du hast nichts mehr zu suchen in der GBOP, früher war das so, ja, dass man gesagt hat, irgendwie, also du darfst auf keinen Fall in irgendeiner Weise mehr in Erscheinung treten und bist da jetzt dann abgemeldet, ja, und man kann mit dir nichts mehr machen, sondern es ist ja einfach nur jetzt eine Frage gewesen, die wir gestellt haben, ob die Werbeaktion, die wir gemacht haben, die wir jetzt auch mit dir gestartet haben, ich meine, du bist ja der Erste, mit dem wir das jetzt hier, also seit der Mitgliederversammlung gemacht haben, ob das so günstig ist vor dem Hintergrund, dass du jetzt im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang damit, ja, also das war nicht geplant, aber im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dieser Buchwerbeaktion auch auf dem Kanal von Jasmin Kosebeck warst, ja, und da könnte man sagen, dass es einfach vielleicht ein bisschen verunglückt, ja. Ja, also ich glaube, was Nikhil hier anspricht, ist sozusagen, es geht wohl dann darum, man hat jetzt versucht, war dann so ein bisschen, geil, wie genervt er gerade, man hat natürlich jetzt versucht, aus Warnern so ein bisschen einen Botschafter zu machen, eine Werbefigur für die GWOP, ich bin ja auch Mitglied bei der GWOP, finde das im Übrigen bis jetzt sehr gutes Gespräch, ich finde es schön, dass man da eben auch hingeht und sagt, nee, wir reden da jetzt einfach ganz offensichtlich so drüber, ja, weil das, was da jetzt gerade passiert, das könnte man ja auch schon wieder, du könntest ja jetzt so die nächste Instanz der Zensur machen und sagen, oh, das dürfen wir gar nicht thematisieren, das muss jetzt hinter den Kulissen passieren und dann wird irgendwie ein Vier-Augen-Gespräch geführt und dann wird Warnern aus der GWOP geschmissen, aber das darf keiner drüber reden und so, nein, 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 wir packen das schön offensiv auf die Bühne, debattieren das, finden dann heraus, was man da machen könnte, ja, jetzt habe ich meinen ursprünglichen Punkt vergessen, aber egal, bis hierhin ein gutes Gespräch. Also, das ist wahrscheinlich ein Messaging irgendwie noch optimiert. Also, ich sehe das schon ein, dass man auch bedacht damit sein muss, wie man sich nach außen hin präsentiert und Menschen haben Vorurteile, das ist ja, das ist ja, das ist ja etwas, was ich ja auch immer wieder, worüber ich halt rede, dass es etwas auch natürliches ist, es liegt in unserer Natur, dass wir Stereotype bilden und es gibt dann auch bei Leuten halt einen Stereotyp von den Gästen von Jasmin und wenn ich halt dort bin, dann werde ich halt mit in den Stereotyp gepackt und dann schwappt das natürlich auch rüber zu einem Verein wie die GOP, was ja vielleicht nicht, dass es passiert ist. Wenn du deine Hand vor die Kamera hältst, dann wahrscheinlich, weil dein Gesicht und meins auch so dunkel ist, hält deine Kamera deine Hand für dein Gesicht. Oh, okay. Danke für den Hinweis. Also, ich sehe das erst mal, ich sehe das halt auch, dass das, was wichtig ist, dass man auch bedacht ist mit seiner Außenwirkung und das ist aber, denke ich, eine sehr, da hat die Gesellschaft gerade, glaube ich, ein sehr grundsätzliches Problem, weil sie gerade sehr, wie kann man es am besten beschreiben, sehr, ja, sehr schnell so eine Panik entwickelt, also sehr schnell bei kleinen mehrdutigen Sachen das Gefühl hat, so jetzt passiert bald eine Katastrophe, so jetzt wird alles kippen und dann wird etwas Schlimmes passieren und ich glaube, das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden, dass dadurch, dass halt die Spaltung jetzt so langsam sich verschärft und vor allem durch die Stimmen, die halt außen sind und dann kann man sagen, dass links und rechts die Verachtung anders decken dann gleichermaßen ausgeprägt ist, erst mal da ist und ausgeprägt ist und dass da halt so schnell so eine Panik entsteht, wenn man dann halt etwas tut, was der Außenwirkung potenziell so eine klare Linie in Frage stellt und ich würde sagen, dass das schon, dass diese Grenze von der klaren Linie schon überschritten wird, wenn man überhaupt die Walkness kritisiert, so das ist etwas, was tatsächlich, tatsächlich mehr rechte Leute tun als linke Leute, was halt naheliegend ist und dass das halt die Gefahr birgt, dass wenn man das tut, also wenn ich das tue, dass Leute sowohl bei mir oder vielleicht bei der GOP denken könnte, wir werden jetzt rechts und das würde ich jetzt erstmal, stimmt jetzt erstmal persönlich nicht, also meine Wertvorstellung, meine politischen Forderungen würde ich nicht rechts bezeichnen, aber es ist erstmal so von der Außenwirkung und das geht natürlich weiter, wenn ich dann bei Jasmin bin, wo dann Leute sind, die dann sehr extreme Haltung vertreten, dass das natürlich dann noch weiter die Gefahr belegt, dass Leute das dann, ja, dass Leute das dann damit assoziieren, aber ich glaube, wenn man... Ja, man merkt, das geht immer nur am Ende dann genau darum, dass assoziiert wird, dass so, also das ist immer, das fällt immer nur wieder zurück auf, jemand hat eigentlich keine Zeit, sich das ganze Gespräch anzuhören oder so, sondern zieht irgendwie seine Informationen schneller da raus, versucht diese Abkürzungen zu gehen, zu sagen, oh, der ist bei denen und denen, okay, das sind die Schwurbler, das sind die... Also, wir bedienen uns ja dieser Abkürzungen einfach, um schneller Urteile zu fällen. Bei Urteile fällen kostet voll viel Energie, das ist so. Ich habe eben, parallel versuche ich noch so ein bisschen im Chat zu gucken, aber jemand meinte dann auch, dass zum Beispiel, wenn jetzt eine Person 40 Stunden die Woche arbeiten geht, abends nach Hause kommt und sich gar keine Zeit hat, sich mit diesen ganzen Thematiken auseinanderzusetzen und so, für den wäre es dann vielleicht schon besser, wenn der sozusagen so eine Vorauswahl bekommt, ja, dass er sagt, ja, nee, die Kanäle brauchst du mal nicht angucken, die sind eher so Quatsch. Hier kriegst du so die besseren Informationen oder schon mal so die seriöseren Informationen und so weiter. Ich kann das verstehen, dass es einen Bedarf daran gibt. Wie gesagt, man muss nur dabei immer so höllisch aufpassen, dass das eben nicht kippt und dass man, vor allem, wenn es dann immer darum geht, anderes irgendwie schlecht zu reden und runter, also das ist das Hauptargument. Du gehst gar nicht irgendwie inhaltlich darauf ein, weil im Übrigen, also es wird wahrscheinlich nicht einmal jetzt dazu kommen, dass man sagt, oh Warnan, da hast du im Gespräch aber was Falsches gesagt. Es geht ja ausschließlich nur darum, wo und mit wem Warnan gesprochen hat. Und da kann man anscheinend eine ganze Stunde drüber quatschen. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde das nicht das ganze Video gucken, weil ich glaube, ich habe schon sehr viel von meiner Position klargemacht und ich merke gerade, also Warnan und ich sind uns da wahrscheinlich sehr einig. Die Situation, die wir jetzt gerade haben, ist, glaube ich, wirklich ein grundsätzliches Problem, an denen alle leiden in dieser Gesellschaft. Also an dieser Spaltung, das ist ja etwas, was man, also das wird ja jeder mal gespürt haben, also wenn man Freunde hat, Familie hat, dass wenn Leute dann wirken, als wären sie auf irgendeiner anderen Seite oder werden sie abgeräuscht irgendwo anders, dass damit halt so ein Zusammenleben halt kaputt geht. Und das ist ja das, was mich auch mit Warnan beschäftigt hat. Also ich war halt selber radikalisiert. Also für mich war radikal sein ein positiv assoziierter Begriff. Radikal heißt wie von Radix, so an der Wurzel anpacken. Und natürlich muss man das Problem an der Wurzel anpacken, weil alles besser ist, als was wir jetzt haben. Das war mein Gedanke. Alles ist besser, was wir jetzt haben. Und wenn man anfängt so zu denken, dann wird es halt gefährlich. Und das ist halt nicht nur bei Warnan, das ist halt genauso wie die Leute, wenn die Verschirungsdenken haben, Reichsbürger. Also da ist halt immer sehr Gedanke, alles ist besser, was wir jetzt haben. Und ich glaube, Leute kommen halt zu dem Denken, wenn die das Gefühl haben, dass ihre Sorgen halt nicht ernst genommen werden. Und wenn wir Leute da irgendwie abholen wollen, kriegen wir das halt nicht mit Diffamierung hin. Und deswegen denke ich, also ich habe auch nicht die perfekte Lösung. Und ich sehe ein, dass es aktuell gerade die Realität ist mit der Außenentwicklung, mit der Reputation. Das ist etwas, was man hinkriegen muss. Aber ich glaube, dass es noch diese andere Möglichkeit gibt. Jetzt nochmal, bevor ich dich hier wieder reden lasse. Also der Moralpsychologe Jonathan Heitz hat halt unterschieden zwischen zwei Arten von Aktivismus. Einmal den Aktivismus, wo es um die Politik des gemeinsamen Feindes geht. Wo es darum geht, einen Kampf zwischen Gut und Böse zu führen. Dass man versucht, seine Interessen halt durchzusetzen, indem man gegen jemanden kämpft, gegen eine Gruppe kämpft. Und er sagt, dass es halt auch eine andere Möglichkeit gibt. Und zwar die Politik der gemeinsamen Menschlichkeit. Wo man eher versucht, die Gemeinsamkeiten zu betonen, statt die Unterschiede. Und das ist die Strategie, die auch Martin Luther King verfolgt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was man vielleicht als Hypothese vielleicht testen sollte. Weil, also das ist ja aktuell ist ja Trend, dass sich das immer mehr verschärft, dass man diesen Kampf spürt. Aber dass man vielleicht einfach mal versuchen könnte, so einen Kanal wie Jasmin zu sehen. Oder die Community und die Zuschauer von Jasmin zu sehen. Oder selbst die Gäste. Und dass man dann ein bisschen sich da ein bisschen versucht, die Gemeinsamkeiten zu sehen. So was sind da erstmal Sorgen, die man irgendwie als berechtigt sieht. So ich, es muss immer noch wichtig sein, dass man da Grenzen zieht. Und das tue ich ja auch. Aber bei WOC tue ich es auch zum Beispiel auf diese Art und Weise. Ihr sagt, dass es einerseits diese Leute gibt, die wahrscheinlich aus narzisstischen Motivationen heraus eine Erkränkung empfinden, weswegen sie dann halt Hierarchien ablehnen und ein Problem mit haben, dass es überhaupt Ungleichheit gibt und dass Leute mehr haben. Also das würde ich halt sagen, da sind Leute, die halt bestimmte Sichtweisen haben aus der falschen Motivation, die halt falsch sind und schädigend sind. Aber ich würde es halt abtrennen von allen anderen Leuten, die sich halt erst mal als WOC sehen. Und das ist tatsächlich meine Zielgruppe. Also ich versuche das als meine Zielgruppe zu haben. Mir geht es nicht darum, gegen diese Leute zu kämpfen, die WOC sind. Meine Rede. Sondern ich möchte diese Sorgen halt ernst nehmen, dass sie das Gefühl haben, einer kann zwar nicht wertgeschützt zu werden, weil sie dann Brutto leiden, an Leistungsdruck und schön das Ideal. Dass ich denen halt eine andere Lösung gebe. Und so, das ist der Ansatz, den ich versuche. Und ich denke, wenn es dann um so Themen geht wie Corona-Politik, und andere Themen, dass man da vielleicht auch in dieser Strategie vielleicht versuchen könnte. Ja, und jetzt könnte man sagen, du hast es halt jetzt nicht mit Woken-Leuten zu tun gehabt, auf dem Kanal von Jasmin Kozebeck, aber mit Leuten, die vielleicht ganz ähnliche Eigenschaften haben, wenn man mal von den konkreten politischen Inhalten abstrahiert. Also die sind quasi für das exakt andere, aber sind sehr leicht zu triggern, teilen die Welt einen guten Böse ein, sind auch super empört, sind nicht, also offensichtlich nicht für freien Diskurs, aber wenn du irgendwas sagst, was denen nicht gefällt, dann fangen sie an auszuflippen. Und vor allem haben eben auch eine Sache, die dir ja auch aufgefallen ist an Woken-Denken, haben halt eine Verschwörungsmentalität. Nur dass halt eben die Woken sind, die sich gegen die Gesellschaft verschworen haben, also die Grünen und so weiter. Da ist halt eben natürlich jetzt auch so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass dir das vielleicht egal ist. Also bei Wokeness kritisierst du das, und ich habe ja auch jetzt schon mal Argumente vorgebracht, wie das zu erklären wäre, ist es wahrscheinlich für dich mehr sichtbar, aufgrund deiner Sozialisierung. Ja, genau. Vielleicht nochmal dazu, also das wirkt vielleicht für einige irgendwie fishy, also wenn die dann sehen, dass ich nur auf Wokeness eingehe, aber es hat auch einen ganz simplen Grund. Ich denke, also ich lag in meinem Leben so oft falsch, also ich habe jetzt wirklich das so oft gespürt, dass ich falsch liege, und inzwischen habe ich auch selber den Anspruch, ja, also ich weiß es halt nicht. Und das Einzige, was ich halt weiß, was mir halt die Gewissheit gibt, ist, dass ich der Wissenschaft vertraue und der wissenschaftlichen Praxis und auch der wissenschaftlichen Haltung vertraue. Und da, das ist halt, wie ich halt auch rangehe, und auch bei Wokeness sage ich auch nicht, dass alles pauschal irgendwie falsch ist. Also es gibt Sachen, wo Walker mit ihren Anliegen, also mit den Anliegen größter Zeit sowieso, oder auch mit den Strategien auch Recht haben. Also irgendwie von Frauen diese Erwartungen, den Druck zu nehmen, dass sie Kinder kriegen müssen, das ist etwas, was sinnvoll ist. Also da kann man auch mit Studien zeigen, also das ist etwas, wo ich dann sage, okay, man kann mit Studien schauen, was wirkt mit, also wirkt aber auch Wohlbefinden, und Kinder kriegen erstmal jetzt nicht, was am besten ist wahrscheinlich, dass jeder für sich selber das entscheidet, dass man da keinen externen Druck braucht. Also da würde ich halt sagen, da kann man halt die Sprache vom Weizen trennen. Also das ist so mein Anspruch. Nur fühle ich mich gerade nicht aktuell in der Lage, das halt bei so Themen wie Verschwörungsding. Also ich kann natürlich bei den Sachen, die halt ganz klar sind, sagen, das ist problematisch, so das ist falsch. Also ich würde halt, das tue ich ja auch, habe ich jetzt auch im Setmen gemacht, also wenn es um Homburg geht, um der Rhetorik, da würde ich halt sagen, da ist es klar eine Linie überschritten, wo es nicht mehr, wo es nicht mehr das Rechtfertige ist. Das ist auch wieder eigentlich ein interessanter Punkt, finde ich, das habe ich ja auch schon häufiger gemerkt, mich triggert das Woke-Thema auch. Ich habe viele Sendungen dazu gemacht, ich sehe da Unlogiken drin, und dann kommt manchmal, also kommt von Kritikern das Argument, ja du beschäftigst dich ja nur noch damit, oder dann mach doch mal was dazu. Und eigentlich ist das ja ein sehr komisches Argument, weil wieso muss man eigentlich in irgendeiner Form bei der Themenwahl ausgewogen sein? Also wenn man inhaltlich jetzt nach wie vor was Sinnvolles beizutragen hat, also Warner sieht sich jetzt auch sozusagen als Experte, oder hat sich da reingefuchst und sogar als selber Betroffener, das mit dem ganzen Thema, und das ist sein Fachgebiet. Natürlich wird er immer dieses Feld bespielen, zunächst mal, außer er wird sich irgendwann vielleicht in ein neues Fachgebiet einarbeiten. Das ist so ein bisschen wie auch Ahmad Mansour zum Beispiel, den Islamismus und Identitätspolitik als Problem ansieht, und dann könnte man sagen, ja immer nur das, das, das. Ja, aber das ist ja sein Thema. Und ich finde dann immer so den Anspruch so merkwürdig, zu sagen, ja mach auch mal was anderes. Warum? Also man kann das machen, auch dagegen spricht nichts. Aber es gibt gar keinen logischen Grund dafür, das tun zu müssen, um irgendwie, so, weiß ich nicht, noch mal zu beweisen, dass man ja in alle Richtungen oder irgendwie sowas macht. Also das, das, also wie gesagt, man kann das machen. Und ich kann auch menschlich wahrscheinlich wieder, kann ich das nachvollziehen, wenn irgendwie jemand, man sagt dann glaube ich so One-Trick-Pony, ne, also irgendwie einer hat immer nur das eine Thema. Ja, dann kann das irgendwann auch so ein bisschen vernarrt wirken. Ja, kann auch sein, dass man sich dann irgendwie in sowas reinbeißt. Aber inhaltlich macht es ja die, wenn da irgendwie Kritik geäußert wird, das macht es ja nicht verkehrt, das macht es auch nicht falsch. So, jetzt hört man ja so ein bisschen raus. Ja, da hättest du aber auch noch ein bisschen auch das nochmal mehr kritisieren können. Aber wofür eigentlich? Also damit so ein paar Leute ein besseres Bauchgefühl wieder haben. Oder wieso? Also wenn das so ist, ja, dann läuft ja schon wieder eigentlich wieder was falsch. So ein paar Minuten gebe ich mir noch, dann haben wir auch genug. Ja, wir lenden die Screenshots nochmal ein, auf die du dich da bezogen hast. Das waren ja auch die, die wir rausgesucht haben. Genau. Und ich denke, die Begründung für sich. Genau, da geht es halt eher so um überhaupt, ja. Ja, hier zum Beispiel Stefan Humbug. Also Humbug, sage ich ja, so heißt der auch. Ich habe bei Twitter eine Zeit lang gelesen, also das ist völlig wirr. Wirr und hat immer so, will die ganze Zeit auch mal, aber ich gucke mir das an und dann denke ich mir immer so, ja, ich könnte jetzt dagegen irgendwie was sagen. Aber irgendwie ist das jetzt auch gar nicht so relevant, weil wirklich das für mich so offensichtlich schwachsinnig ist. Ich glaube, warum das Woke-Thema auch viele so triggert ist, weil es eben gerade auch in der Medienlandschaft und so weiter häufig übersehen wird. Also ich sehe das ja bei diesen ganzen Instagram-Kanälen, Deutschlandfunk, Kultur, WDR, Cosmo und so, die haben das Zeug gefressen ohne Ende. Das ist null kritisch. Das ist einfach, das ist wirklich Blaupause bekommen, das Woke-Paper bekommen und dann wird jeden Tag, wird gefeuert. Und deswegen finde ich das da viel relevanter, weil das sind, das sind, naja, öffentlich-rechtliche Medienanstalten. Das finde ich viel problematischer, als wenn irgendein Humbug-Typ da was macht. Art und Weise, wie man sagen formuliert. Es geht darum, Klima, den man aufbaut in der Gesellschaft, unabhängig von den Inhalten. Und ja, aber der Grund, wieso ich jetzt kein Video mache zur Corona-Politik und den Maßnahmen ist, weil ich das tatsächlich gar nicht so leicht finde, es zu beurteilen. So gab es Sachen, die gut waren oder schlecht waren und da will ich auch nicht so pauschal alle Leute diffamieren, die da irgendwie anderer Meinung sind. Weil es erstmal wissenschaftlich gesehen, denke ich, etwas ist, wo man tatsächlich diskutieren kann. Ja. Deswegen, aber weil ich ja nicht so viel Ahnung habe, halte ich mich da tendenziell nicht eibisch. Und das meinte ich ja mit, ne? Also du begibst dich in das Feld, wo du irgendwie entweder persönlich betroffen bist oder was dich halt hart triggert oder so. Aber ich muss dann auch sagen, also jetzt mittlerweile, das Corona-Thema ist bei mir jetzt aber auch echt durch. Also ich habe gesehen, das grassiert jetzt wieder so, aber es ist ja kein Thema mehr. Bescheidender. Ja, aber es ist sicherlich eine Perspektive, die, also du einnehmen kannst, die am Anfang nicht wirklich ausreichend berücksichtigt wurde. Also es hat sich recht schnell abgezeichnet, dass eigentlich die medizinische Kompetenz und also die Epidemiologen, gut, die, also die waren wirklich halt gefragt, aber die Virologen schon ein bisschen weniger, weil also die Eigenschaften des Virus eigentlich gar nicht so relevant waren für die Ausbreitung, ja? Also das heißt, im Prinzip musst du Richtung Epidemiologie schauen. Aber dann musst du auch natürlich schauen, wenn du dann sagst, also optimal wäre es, um das Virus zu stoppen, wir machen dieses und jenes. Welche ökonomischen Auswirkungen hat das, also gesamtökonomischen, makroökonomischen könnte man sagen, ist davon auszugehen, dass die Leute sich dann auch gegeben die Anreize, die in der Situation vorherrschen, daran halten werden, ja? Was macht das psychologisch mit einem, ja? Was macht das mit dem gesamten Kunst- und Kulturbetrieb und so weiter? Was macht das mit Kindern? Und es gab schon, und ich habe das ja wirklich auch mitbekommen, weil ich auch sehr vernetzt war, ich war ja relativ sichtbar dadurch, dass ich halt viel auch gesagt habe in der relativ frühen Phase und deswegen war ich auch Bezugspunkt, auch für einige Kollegen, die ich hatte. Und einige haben richtig übel zugespielt bekommen, die nämlich zum Beispiel gesagt haben, also einer, der eine bildungsökonomische, also ich sage jetzt nicht den Namen, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber der hat einfach nur gesagt, ich bin Bildungsökonom und ich möchte einfach nur halt irgendwie zur Komplettierung des Bildes jetzt anführen, dass wir davon ausgehen, dass das, also die Schließung der Schulen, also einen drastischen Effekt haben wird auf die Bildung von Kindern. Und das sollte man nicht unterschätzen, das muss auch unbedingt mitbedacht werden und hatten... Kenntet ihn! ...ein Prinzip eigentlich Lobbying betrieben dafür, also nicht, dass in bestimmte Sachen gemacht wird, sondern einfach, dass wir wissen, welchen Preis hat das, was wir tun, ja? Und das ist natürlich genau der Ansatz, für den, also man eigentlich auch aus Risikomernschung und Sicht argumentieren muss. Das war im Prinzip genau der Ansatz, den wir gefahren sind, Adriano Manino und ich in unserem Covid-Buch, zu sagen, alles muss auf den Tisch und wir müssen auch permanent re-evaluieren, was gemacht wird. Also erstmal radikal, also Risiken wirklich versuchen runterzukriegen, also erstmal wirklich einen Lockdown, aber dann schauen, dass man die Maßnahmen permanent evaluiert und wirklich auch schonungslos offen und ehrlich ist, was funktioniert und auch was funktioniert und welchen Preis zahlen wir auch dafür, ne? Und da hätte man viel, viel mehr Diskussionen auch gebraucht, insbesondere in der Fachwelt. Bei der Öffentlichkeit kann man immer noch sagen, gut, man muss ja irgendwann, wenn man so einen gemeinsamen Kurs hat, dann auch irgendwie versuchen, eine Linie zu fahren. Und dann ist sicherlich kontraproduktiv, wenn man das halt einfach irgendwie die ganze Zeit schlecht redet, ja? Aber in der Fachwelt mindestens, ja? Also da muss ja wirklich Redefreiheit sein. Und sogar da gab es dann ganz starkes Herden. Ja, aber das wird schnell eingeengt, ne? Also sobald du Kommentare hast, die dann sofort in die Richtung, also ne, dann sagt einer vielleicht, äußert nun mal so, ja, ich weiß nicht, ob die Maßnahme vielleicht negative Konsequenzen für irgendwas hat. Und dann kommt sofort, ähm, so, aha, du willst, ne, äh, so und so viele Leute werden wegen dir sterben. Und was willst du dann dann noch machen? Also das wird sofort irgendwie aufgeladen. Und, äh, bei, bei Corona, ich, ich war ja damals auch, ähm, bei, äh, Gunnar Kaiser, rest in peace, äh, und hab mit ihm gesprochen und er hatte dann auch immer, er war sehr stark auf diesem, äh, Trip zu sagen, so, dass das, das ist alles irgendwie von der Pharma-Lobby und, und da ist ein, ähm, äh, hier, wie, das ist der Great Reset, der ja irgendwie auch dann anscheinend nicht funktioniert hat und so weiter. Ähm, aber ich hab mich immer gefragt, also eigentlich an das, das hatte Gunnar Kaiser am Anfang in einem Artikel, glaub ich, mal auch geschrieben in der NZZ und da hat er auch richtig übel einen reinbekommen für, äh, und das fand ich die viel interessantere Frage, wo, wo wir aber gesellschaftlich nie reingehen werden. Und zwar ist es die Frage, ähm, ich sag's jetzt einfach mal, ich glaub Corona ist weit genug weg, dass man das jetzt wieder äußern darf, aber, ähm, müssen wir eigentlich mit allen Mitteln versuchen, jedes Leben zu retten, so. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dann werden die Ersten schon wieder jetzt so, hat er nicht gesagt. Ähm, ich möchte nur zu bedenken geben, also ich hab mit vielen, äh, Freunden und Ärzten gesprochen, äh, eine Freundin von mir ist auch Arzt und hat während der Corona-Pandemie auf der Intensivstation gearbeitet und hab wirklich direkt sozusagen, ich hatte eine direkte Informationspipeline von Intensivstation zu mir und sie sagte halt auch so, ja, ähm, Herz-Lungen-Maschine ist so eine, so eine Geschichte. Wenn du willst, dass ein Mensch nicht stirbt, dann stirbt der nicht. Du stehst, du überbrückst das Herz, du überbrückst die Lunge. Wie, was, also, was soll tot sein? Du kannst dann, also, das wird, nur die Frage ist, wie sinnvoll ist das? Und stellen wir uns jetzt mal vor, wir werden, ähm, technisch gesehen natürlich immer besser, aber das löst ja gar nicht die Frage, ähm, wie, wie wollen wir überhaupt sterben? Also, wie stirbt man? So. Und ich könnte da jetzt noch viel, viel mehr, äh, auch noch aus persönlichen, äh, Geschichten erzählen, manchmal wann anders, ähm, also, äh, also, äh, gerade im Chat auch jemand, Triage, natürlich ist ein Wort, das wurde dann ja ganz sofort irgendwie als, als Schreckgespenst, äh, dargestellt, ähm, und im Chat schreibt gerade jemand auch so, Triage hat es vor Corona auch schon gegeben und das stimmt auch, also, man hat schon vorher dann immer schon gesagt, so, die, die, äh, Maßnahme machen wir nicht mehr und ich sag einfach mal, grundsätzlich, äh, ist das eine Frage, mit der wir uns natürlich ungern beschäftigen wollen, weil das, weil das so Sachen sind, ähm, da kannst du halt schlecht rangehen, also die, ähm, wie gesagt, meine Freundin, äh, die da, äh, Intensivmediziner ist, ähm, sagt halt auch, ja, ich mach halt das, was im Protokoll sozusagen angegeben ist, ne, wohl wissend, dass, wenn man sie jetzt ganz persönlich fragt, vieles davon natürlich so gesehen Quatsch ist, also, also Quatsch klingt jetzt wieder sehr brutal, aber, äh, eigentlich keine sinnvolle Maßnahme, naja, äh, schwierig, schwieriges Thema immer noch, äh, denken und, äh, Leute hatten, glaube ich, auch schon, äh, von vornherein irgendwie so den Eindruck, wenn ich da jetzt was sage, dann, und das ist nicht komplett auf Linie, dann, äh, hat das für mich Konsequenzen und das ist schon sehr, sehr bedenklich, denke ich, ja. Ja, also das, das ist auch eine Entwicklung, da gibt es auch Umfragen zu, also, dann fragt man Leute so, ob sie Angst haben, ihre Meinung zu zeigen und wirklich seit, ich weiß nicht, seit wann, dass man das erfasst hat, ich glaube, seit 1980 oder so oder 70 kann man wirklich sehen, ist es gestiegen und inzwischen ist es, glaube ich, bei 51 Prozent, also inzwischen sogar mehr als die Hälfte der Menschen haben Angst, ihre Meinung zu sagen und das ist halt keine gute Basis, also, es ändert nichts daran, dass ich genauso das Anliegen habe, dass Verschwörungsdenken sich nicht verbreitet, dass, äh, das extremistische Gedanken sich nicht verbreiten, also, dass da und das, dass da jetzt zum Beispiel, dass bei Jasmin irgendwie Gäste waren, die Sachen verbreiten, die halt nicht gut sind und halt genau Teil vom Problem sind, von dieser Spaltung und all dem, aber die Frage ist halt trotzdem, wie man damit umgeht und vielleicht bin ich ein bisschen, kann man sagen, dann bin ich vielleicht ein bisschen naiv oder idealistisch, aber ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass wenn man mit Leuten dann redet und erstmal auch diese Gemeinsamkeit ist, man betont, aber trotzdem dann halt solche Sachen sagt, wie, ähm, ich bin halt nicht davon überzeugt, dass 9-11 ein Instant-Job war, dass es einfach psychologisch gesehen einfach eine ganz andere Wegmächtigkeit hat. So, wenn man jetzt einfach Leute einfach rumgeht und irgendwie brüllt, wie dumm und bescheuert das ist, wenn Leute das glauben, glaube ich, dass man damit, also, nie, also niemanden halt zum Umdenken bringen kann, im Vergleich dazu, wenn halt jemand sitzt, der irgendwie vertrauenswürdig erscheint, der tatsächlich dann irgendwie Gemeinsamkeiten hat, zum Beispiel irgendwie Walkness ein bisschen kritischer zu sehen, aber dann trotzdem dann halt sagt, okay, ich vertraue, also es ist nicht alles von den Leitmedien oder von Mainstream ist irgendwie falsch, sondern ich vertraue sich in der Einschätzung der gegenwärtigen Wissenschaftler, wenn sie sagen, es ist wahrscheinlich, äh, unwahrscheinlich, dass das, ähm, 9-11 ein Instant-Job war, sodass ich da diese... Ja, also hier wiederholt ja auch wieder eben, was ich sage, also, ne, man muss das Ganze mal, finde ich, und damit möchte ich vielleicht das Video auch so abschließend nochmal, ähm, mit Worten beschreiben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser, von dieser Angst und Sorge bei ganzen Informationskrieg und, äh, das will ich auch am Freitag zum Thema machen in der Sendung, äh, diese, diese, diese Schockstarre und Angst vor der AfD, ähm, was ich da teilweise jetzt gelesen habe, äh, wieder so, also da, da sehen ja Leute jetzt irgendwie schon, ähm, ja, Nazi-Deutschland 2.0 auf uns zurollen, keine Ahnung, sind die Öfen schon angeschmissen worden? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass, dass einfach Angst und, ähm, so agieren bevor, also schon so aus einer Angst heraus etwas machen, ist immer ein ganz doofer Gedanke. Das ist eine ganz dumme Idee. Angst ist einfach kein guter Ratgeber. Ich glaube, man sollte gelassener sein, entspannter sein. Ähm, ich glaube, dann trifft man bessere Entscheidungen. Äh, man versteift sich und fokussiert sich auch nicht mehr so sehr auf diesen Angstgegner, weil ich sehe jetzt zum Beispiel, ne, bei der AfD, also, angeblich sind ja, also, jetzt, ich weiß nicht, also, es ist ja genau eigentlich das gewählt worden, was, was bekannt gegeben, also, was, was vorher, ist doch genau so eingetroffen. 30 Prozent waren in den Umfragen vorher da, 30 Prozent sind gekommen. Und dann gucke ich irgendwie bei diversen Medien rein und, und sehe irgendwie nur reihenweise so alle geschockt und, und ängstlich. Und ich denke mir so, hey, das kann doch nicht mehr ernst sein. Also, das, das ist doch, also, wenn genau das eintrifft, was man vorhergesehen hat, dann kann man das doch, also, dann frage ich mich, warum, warum, warum verbreitet man diese Idee? Also, ich bleibe dabei, ähm, entspannter, gelassener sein, äh, dann holt man Leute auch wieder zurück da raus, weil sonst battlen wir uns, oder, äh, ja, wir duellieren uns nur noch darum, wer jetzt irgendwie vor, vor welchem Szenario die größere Angst schüren kann. Ich halte davon nichts, äh, deswegen bleibt mir treu, Sini macht Auge, Sinans Woche. Ähm, ich versuche immer noch, die Angst zu nehmen, in alle Richtungen zu denken und wünsche euch damit einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht.